um die Strasse 39 wo sind schon ich weiß nicht wenn ich kann ich in die Kommentare schreiben wie gut in der wie gut waren die Kürze probiert wird auch immer als Videoantropos mehr die Bezahl am besten zu zweit mal wirklich so alleine probiert so mal auf der Schwestern so wie wir neid mehr es ist wie lange gezockt und dann auch nein es war noch schwerer also also bin doch die sich der wenn man auf die sich der konnte vielleicht ja zum dieser mann von sowas zählen aber es ist lustig überreicht schon wieder ich würde jetzt gleich so ein Pippo Kill Counter ein da oben rechts so macht es doch Pippo Kill Counter und Elie Kildone kommt das muss man auch noch machen der weiße aber ich glaube der wird oft zweist obwohl ich schon nicht was zuerst mit 2 und wenn er eine greift alter es ist ein schweißer ist auch nicht Prozent mit Nennen wo ja man die GmbH war für was haben mit sieben er war kalt gemacht und ich darf aber auch dann noch so wie ich berecht die Schuppen weg ich habe das nicht berechnen du bist mein Räder in Ordnung weil ich natürlich bin ja wo danke scheiße ich komm gar nicht mehr zurecht boah alle sind es viele hab ich wieder meine shotgun ja mach ich euch alle oh mach ich alle ja das ist in der Wisch ja nein 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 Eddie Killcode 1 komm geh mir in die Kästchen da unten sonst bin ich sofort tot komm mit oh oh Alter die Teufel sind so schwer zu bestiegen ich bin einfach scheiße Mann da ist Pipo gib mir einen Kasten und sie mit der Reihe dann kann ich will ich wieder die Teufel sind ich habe ihn erwischt damit nur okay re die Scheiße Schott kann jetzt aber ich bin es gibt aber mit dem war ganz vieles ich bin ich bin der Kunde Runde mit das ist der Rössich wird eine Rössich ist es ja super ich bin ich bin ich bin du auch der kann man man kann man kann nein die Kugel jetzt ist die motiv luft holen und aufgeschossene geschissene granaten glücklich schützen kann war nicht die schottgarten wie ich alter das ist wieder wie welches selber sind wir mittlerweile die kräfte spiel wirklich spielte spiel zu krank aber auch übel spaß das ist mit beiden besorgen sind auch soviel sucht wird gesuchtet habe ich zu spiel mit 2 2 also in der 2 1 sind die vorsteht so gut gemacht ja ich finde die kinder niederwandler von kreinchen der dauernd ein kriminell wenn es nicht aber das macht ihn nicht wo du darfst nicht sterben ich habe ihn erwischt, warte mal ob ich die machen bin ich jetzt weg wechselte wieder habe mich einmal erwischt geht gar nicht alter will jetzt mal sterben komm hoch, komm hoch, ich kann ja nicht da wie schön aber der verrückte gar nicht der typ bearerless grenades pass auf die sterben mit seiner auf einmal die armen sie hatten nie wirklich ein real life ja wir haben auch kein real life also kronk hat kein real life der muss halt jeden, jeden, alles in seinem leben filmen das soll sich zu den zombie schmeißen, nicht zu mir die ganzen handgranaten also sicher wenn der urlaub geht sicher immer auf die superhomies irgendein film filmchen ist für mich doch gar kein urlaub mehr wenn ich hier ein mischter film ja ist das nicht tot ja jetzt einfach mal ein bisschen reinballern zack, zack grenades jetzt bist du wieder krank ooooh ich will gar mal Stunden zocken aber ne ich glaube irgendwann nach Stunden ist es so schwer das Spiel aber jetzt geht es eigentlich noch gerade so alter, wir sind leveln das hat es wird irgendwie nicht viel schwer ich ne wo ist immer schief ich nehme ich die Railgun, pass auf hier, railen wir die alle weg railen wir die alle weg ich schieße einfach so schnell oh, jetzt gehen wir den Schuss aus oh, ein Schuss und tut der Teufel mit der Railgun ja, ach nee wusste ich gar nicht bei den Teufel gehen die übel ab aber sonst bringt das nichts die Railgun nö, doch nicht oh, jetzt einfach draufballern oh, weg der, weg der, weg der so noch ein paar Schuss alle kommen da nicht weg das sind ganz viele Kästchen da bist du jetzt mal alle einsam cool ich hab gerade da hinten was mit es bringt die Stil du kannst dich hinter den Walls verstecken ja, aber die die Teufel können das übelst du kannst dich in den Walls verstecken, kannst du reinlaufen ja, also sicher kaputt bringt nur was gegen Zombies 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 dann schlafen und drücken also wir haben jetzt 8 18 Minuten ich will meins 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 legen kommt er so rüber kreis die mann Lohre 1 2 1 1 2 einfach drauf brauchst du schießt weil ich bei der Exklusiv in den nächsten immer drüber das ist nur noch ein Prozent vor also dass ich der müssen ein weiteres Geld wer da ist sachen aufgebaut irgendwie tolle festzunehmen das geht aber gar nicht hier einfach ist euch doch noch weg auf der Kaffee noch weg bis wieder da bin nicht zu den zumbüssen mich ein bisschen an GTA wenn die ganzen Polizisten also einen an Wum schwuchteln boah ich glaub's nicht Alter ich hab' nicht schick'n lol wie lang schaffen wir's noch keine Ahnung bis wir tot sind wir haben ja oft zu aufnehmen aber schaffen bestimmt noch ein bisschen also ich zumindest durchhalte Vermögen so boah den haben wir weggeschnitzelt die Schnirr zu ja das oh ja was haben wir heute gemacht wir haben halt vier gemacht für unsere weiteren YouTube bla bla Videos scheiß gell ich kann mich an nichts erinnern das das ah doch wir haben das Intro zu wir machen mal wieder App Re App Reviews ohne P nein wir sind beide gestorben oh nein die Flüsse 2 Minuten nein 16 Millionen ich bin aber einiges ist viel ich habe immer noch mit anderen Leuten sich die das die manchen Schmerz die Werte ja ich bin das Kursbeck also um gut war's lad ich zwei Paar zu gib mir auf die Hand so ist gut macht's gut Leute zum nächsten Mal schau schreibt in die Kommentare wie viele Punkte ihr dann habt ciao ja aber wehe schon ich kontrolliere und dies nie tschüss